die fallen gehen wieder hoch viel glück alle mir nach ich sehe mich doch gar nicht ihr müsst landen und müsst ihr denn erstmal hier landen wie nett ist das euch in teams vorher noch mal den nussknacker tanzt gut gehen hätte ich mit denen ich verkaufen sollen wir sind zu langsam ich war da extra umgebracht startet ihr auf mich nein startet und bin ich jetzt hier oben wartet ihr jetzt auf mich oder wo oder was ich bin da fast am ziel oder müssen wir zurückkommen und mann bist du da oben gekommen auf einmal wieso falle ich nicht durch die durch die wand so steht 1 0 für mich ich habe schon mal 10 angetippt ok so in rot jetzt respawn nur 1 0 für mich ja gerade ganz oben aber ich habe jetzt 1 0 angetippt ich bin so mega schnell geschafft ich bin darum einfach mal gelandet aber wie hat ich meine meine gleiter in der hand aber 1 0 ne ich vergesse 1 0 das ist das ist das ist zu mir mich und ich ich bringe mich ab dann rennt sie einfach hier weg ich warte der schluck die kohle gegeben nicht wieder schuld wo bist du? oh Gott brauchst du nur hier nah am Rand ja und hier auch oi 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 ich sehe gerade nichts ich sehe schon wieder nichts ich sehe nichts ich sehe und gleich auch leck mich doch am Arsch ich sehe die Fette von meinem Fernseher so guck mal ich sehe die Fette von meinem dahin fliegen nein 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 ich bin auch unterwegs was ist mit euch los? warum warten wir nicht auf mich? warum bist du so weit? ich glaube ich habe den Weg gefunden was? reich gefällt doch auf mich ich komme ja ich komme ja schon oh oh entschuldige nicht hier was denn wo fängst du beginnst du jetzt wieder von Anfang an? oh bitte nicht nein nein oh nein oh nein ich will das nicht immer da du guckst du guckst wir guckst und ran jetzt auf Der springt bei mir nicht, was ist denn das? Okay, was ist denn das? Ich hab's doch gerade aufgesucht, ey. Holos! Ahhhh. Wo ist der Punkt? Scheiße. Oh, lieber Gott, ein Speicherpunkt. Die Kackstelle, ey. Ey. Nein! Geht, geht, geht. Das ist so eine Kacke hier in den Scheißfein, warum gehen die jetzt nicht auf? Ist das witzig. Tadaaa! Was ist denn jetzt? Jetzt kann ich nur um Jahre handeln. Du springst auch an den ersten direkt, oder nicht? Ja, so mittig. Also hier, ich verspring so, damit ich dagegen. Oho, sie hat doch einfach. Kein Ding für den King. Bist du schon ganz oben? Alter, was ist mit dir denn los? Das Geile ist, ich hab alles aufgenommen. Hahahaha. Noch, nein! Hahahaha. Ich hab hier ein Smart-Punkt, komm. Ach du, was ist es? Ich brauchen einen Speicherpunkt, oder so. Oho. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das ist ja in der Gegend. Die Uhr hier. Oho, ein Speicherpunkt. Äh. Ne, doch nicht. Hahahaha. Welch Enttäuschung, Kalina. Hahahaha. Wer ist da? da lang oder das soll da nicht wieder weg ich bin oben ja ich bin bei diesem t bei diesen stern ding das ist falsch was bis nach ganz oben um sind drei dinge wie heißt es okay da kannst du dann seine punkte wollte die schildes mit aufheben weißt du haben jetzt den speicherpunkt gekriegt ich will dass du dann da hingekommen eigentlich ja gute frage hat sich die türen hat gekriegt das wird sich da runter wie willst du denn hier hochkommen wir sind irgendwie schon an und speicherpunkt was denn wo mehr was ist denn los dankeschön Was isst du da? Hast du ihr ein Brot gegeben? Hallo? Hallo? Michi? Hallo? Nein. Es hat meinen. Okay, ich weiß jetzt wie es geht. Ich bin oben, ich sehe die Jump-Heads. Ja. Ernsthaft? Rote und blaue Tafel. Ja, warte, komm jetzt mal auf mich. Wo muss ich denn jetzt lang? Eih! 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 Bist du ganz um? Ja, ich habe 1-1 gemacht. Wie 1-1? Womit du jetzt hin, Dom? Da muss er auf so'n Jump-Head. Da kommt dann eine 1. Guck mal. Boah. Geil. so bin ich lecker mio wenn ich das gleich noch mal mache bestimmt ach doch hast doch genug zeit drück auf respawn und ab geht die post ja sieben minuten das habe ich nicht